Mein Name ist Peter Neuwirth. Ich bin Obmann und Trainer des Vereins. Im folgenden Video werden wir euch unsere Sektion Kubudo, übersetzt alte Kampfkunst, vorstellen und einen Einblick in das laufende Vereinstraining geben. In Österreich sind wir der erste Verein, der den Stil Soshinrio Kubudo anbietet. Dieser Stil wurde von Großmeister Daishihan Jim van de Ville, 10. Dan aus Belgien, gegründet. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, diese traditionelle japanische Waffenkampfkunst in Österreich bekannt zu machen. Inhalt des Soshinrio Kubudo bis zum ersten Dan, Schwarzgurt, ist das Erlernen der Techniken mit den Waffen Bo, dem Langstock, Tonfa, dem Schlagstock, Kama, der kleinen Sichel, sei, dem Dreizack und dem Nunchako, dem Dreschflegel. Ein Einstieg in das Training ist jederzeit ab einem Alter von zwölf Jahren möglich. Vorkenntnisse aus anderen Kampfkunstarten sind natürlich sehr hilfreich, jedoch nicht notwendig. Weitere Infos zu unserem Verein Tigerquan Allstyle und zur Sektion Kubudo findet ihr unter www.tigerquan.com Jürgen, ihn heit! Jürgen, ihn heit! Achtung! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.